Hallo und willkommen zurück bei Dark Souls, ich bin Maru und warum ich hier stehe, naja ich habe jetzt so ein bisschen Sachen getauscht mit einem kleinen Vogel, der da hier unten sitzt. Aber dafür muss ich immer wieder das Spiel beenden, das ist nicht schon zum Ansehen, deswegen will ich das nur kurz weggelassen. Mehr Zauberstots kriege ich nur, wenn ich mehr Zauber lerne und deswegen ist der große Feuerwehr nicht gerade geeignet für mich, um was für uns zu kriegen. Ich schau mal die ganzen Sequenzen. Ja super, fängt ja schön an. Nein, ich habe die Idee. Ich werde mir lieber die Mutter fallen. Oh cool. So, hier war ich nicht der Fehler. Ist mir übrigens, ich habe quasi schon mal versucht das schon zu machen und ist mir dann auch gefallen, ich war schon hier. Ne, da kann man doch irgendwas tauschen. Und dann ist mir das auch passiert. Und da habe ich es überlebt. Naja. Hey. Hey. Ach so, kannst du nicht mal. Wo ist der Sack vorher hin? Ach nö. Er redet dich nur mit mir. Der Digger ist ja da, hat seine Freundin verloren. So. Ne, Moment. Es gibt besseren Weg jetzt. Wir müssen zu Havel, um zu Hydra zu kommen. Beziehungsweise wir müssen wieder runter ins Darko Base. Okay, dann kommen wir mal von oben. Kurz den Zaun weg, tut mir leid. Mein... Timer lief nicht. So. So. Ist da ein Garten. Kannst du mal kurz hier hinnehmen. Da stimmt, die haben ja noch einen vergessen, mit dem wir reden müssen. Wird mir gerade auf. Ne, dich nicht. Jetzt ist irgendwo ein neuer NPC gespawnt, aber ich wusste das Tower. Na, hallo wieder. Verwendet Nidani. Dann kommen noch kleine Scherben und etwas von meinem Objekt größeren Bestärken, die ich habe. Die kann ich verstärken auf bis 8. Ich kann natürlich auch erstmal die Purpur-Hosen verstärken. Oder den Gargoyle-Helm. Oder wir heben es erstmal auf. Ich werde dich nicht sehen. Sei vorsichtig. Haben wir zu viel? Nein. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Muss ich mal kurz gucken. Ist das hier irgendwo? Ne. Mal hier oben. Also mit Farin. Okay. Wieso? Nervt mich. Ist er hier? Nee. Nee. Nee, 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 hier ist er nicht. Ah, wir haben unten in der Kanal-Session auch was vergessen übrigens. Fällt mir jetzt ein. Aber ich glaube, es wird euch nicht antun, dass ich da hinlaupe. Ich werde es ihn einfach holen. Ich bin mit dieser hochgekommen. Am Fuse des Traums war die Aussage. Ich bin mit dieser hochgekommen. 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 Ja, ich habe nicht gesündigt. Ich bin mit dieser hochgekommen. Magier ist das cool. Ah ja. Von Rutsch. Von Rutsch. Von Rutsch. Von Rutsch. Da kenne ich irgendwo ein Gegner. Von Rutsch. Von Rutsch. Von Rutsch. Von Rutsch. Von Rutsch. Ah. Oh. Okay. 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 Ich bin jetzt wieder ohne. Das hat doch nichts. Die Dranke muss uns trotzdem nicht anlegen. Ich bin mit diesem Schweißzauber da. Das wird keinen Feuerschein mehr genehm. Ich bin mit der Halt. Okay. Äh. Na, darf mir das mal. Lieber spannendes. Gehen wir zu Hydra. Ja. 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 der hätte nie gekämpft und zwar gegen was bevor wir zu Hydra gehen sollten wir einfach unsere Fähigkeiten mal vertickern hier übrigens die sind wo perfekt eigentlich behörden wir einfach mal die Vitalität und zwei und ne kleine Sehne nochmal ich glaube wir sollten als nächstes dann noch einen Slot holen für den Zauberer so der Bayeham Einen dritten Topper möchte ich haben. Dann fühl ich mich sicher. So, bis zu Hydra muss ich noch kommen. Oh, wie? Oh Gott, wie ging es denn hier zu Hydra? Ich würde sagen, ich begrüße es immer wieder, wenn ich irgendwo angekommen bin. Okay, ist ja langweilig. Oh, ja. Oh. 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 der schweb besser Hmm. Schade, die muss man ja nicht fangen, die Geckos. Wenn ist die Hydra? Okay, hier ist irgendwo noch ein Ding gewesen, dann ist es teuer. Das ist glaube ich angenehmer für die Hydra. Hier war es nicht. Achtung Kopf, hier muss ich gleich die Schiffe abhacken. Wo war das geheime Leuchtfeuer? Oh, hier. So. So. Die Hütter geht dazu. Mal einfach weglassen. Da ist aber gar nichts passiert. So. Mal sehen, was wir hinkriegen. Versuch eins. Ah, ich kann doch nicht beschießen hier links. Hier. Oh oh. Oh cool. Ich habe da so ein Geschoss hier. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, wir sind wieder vorbeilaufen. Okay. 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 Wir müssen dann aber den Köpfen ausweichen. Ich weiß noch nicht wie. Okay. 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 Yeah. Okay. Ich glaube, ich werde mich nicht mehr verraten. Okay. 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 Thanks. Up. Ich muss die Kippe finden, zum abholen. Ich muss die Kippe finden. Ich werde das in Gehen. Wir sind die folgendes Loch rein Wir haben noch ein Körbchen ab Da kommt man da hinten abrund Da kommt man ein Körbchen abrund Vielen Dank. I'm fine Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier geht es nicht weiter Hier geht es nicht weiter Versuch mit Fahnen Hier geht es nicht weiter Versuch mit Fahnen Hier geht es nicht weiter Hier geht es nicht weiter Eine Ritterseele Finsterboltsgarten Hier geht es nicht weiter Hier geht es nicht weiter Hier geht es nicht weiter Ich bin tot Schöne 7.000 Seelen Hier kommt ein Teil der Drachen wieder raus Ja genau, hier kommt ein Teil der Drachen Hier will ich nicht hin Aber meine Seelen hole ich mir jetzt noch Und das heißt Ich brauche erstmal eine bessere Waffe Das ist ja unglaublich wie wenig Schaden hier so noch macht Das Tora-Schwert ist out Das Dachenschwert ist okay Das Dachenschwert ist okay Dann müssen wir gucken Dann müssen wir gucken, dass wir andere Pyromantien kriegen Hier geht es nicht weiter Oh 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 Die kann man nicht kurz gehen können. Hmm. Hmm. . Das war's für heute. Das ist ein Glück, aber es ist ein Glück, aber es kann auch aufstehen. So, jetzt schnappen wir jetzt erstmal unsere Seelen. Dann kommen wir auf die andere Seite. Problem, ich habe den Weg verloren. So, was ist hier? Versuch's mit Rollen. Pass auf. Oh, Mieze Katze. Tschüss, Mieze Katze. Oh. 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 Was hat er hier gestimmt? Raus links Ok, dann gucken wir mal links Hier gehts noch nicht runter, hier gehts noch nicht runter Aber hier gehts noch nicht runter Hier gehts noch nicht runter Wie ist das? Nein Versuch's mit Distanzkampf Pass auf, Gefangener Okay, ich würde sagen, das ist aber ein Ziel für die nächste Aufnahme Ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal Bye, bye